Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsadaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Montag, den 18. Oktober. Gut, wir beginnen direkt mit dem normalen Tagesschart im DAX. Wir konnten am Donnerstag ja bereits hier aus dem fallenden Trendkanal nach oben ausbrechen im DAX, sind dann aber hier direkt am 50er EMA gestoppt im Tageshoch am Donnerstag und konnten dann am Freitag die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter fortsetzen und letztendlich auch über den 50er EMA ansteigen und im Tageshoch dann 15.598 Punkte erreichen. Zudem sind wir am Freitag mit einer langen weißen Tageskerze aus dem Handel gegangen, die bereits auf weitere Stärke hindeutet und wir könnten nun möglicherweise dann den Bereich, den Widerstand um 15.600 Punkte nach oben überschreiten und dann letztendlich Kurs nehmen auf den nächsten Widerstandsbereich um 15.800 Punkte und können wir auch da nach oben durchbrechen, dann dürften wir erneut hochlaufen bis zum Widerstand und zur runden Marke bei 16.000 Punkten und zum Allzeithoch bei 16.030 Punkten. Eintrüben würde sich die Lage erst wieder dann, sobald wir hier unter den 50er EMA zurückfallen und dann auch erneut in den fallenden Trendkanal zurückkehren, dann wäre eine Abwärtskorrektur zunächst zu erwarten bis unter den 10er EMA. Abwärtskorrekturen im Aufwärtstrend laufen ja immer leicht unter dem 10er EMA aus und sollten wir dann nachhaltig unter dem 10er EMA durchbrechen, dann wäre dies bereits ein neues Schwächesignal und mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Beim nachhaltigen Durchbruch unter dem 10er EMA wäre dann der 200er EMA im Bereich von 15.000 Punkten die nächste Anlaufmarke. Gut, wir kommen dann zu unseren Long und Short Bereichen. Wir hatten den Short Bereich zwischen 15.470 und 15.520 leicht über dem 50er EMA gehabt. In der Vergangenheit sind wir ja hier im laufenden Abwärtstrend immer wieder leicht über dem 50er EMA dann nach unten abgedreht und haben dann den Abwärtstrend weiter fortgesetzt. Das war am Freitag nicht der Fall. Wir konnten hier weiterhin Stärke demonstrieren und mit einer langweißen Tageskerze aus dem Handel gehen und dürften wahrscheinlich auch am heutigen Montag dann weiter ansteigen und den Bereich um 15.600 Punkte überschreiten. Gut, und für den heutigen Montag bietet sich eine Short Position mit einem Durchbruch erneut unter dem 10er EMA bei 15.475 Punkten an und eine Long Chance würde sich ergeben im Bereich von 15.310 bis 15.260 Punkte hier an der Unterstützung und leicht unter dem 10er EMA. Gut, wir machen dann weiter mit dem Monatschart mit dem langfristigen Fibonacci-Faker. Wir hatten ja im Monat August hier einen Allzeithoch bei 16.030 Punkte erreicht, sind dann im Monat September hier am Fibonacci-Faker mit einer langen schwarzen Tageskerze nach unten abgeprallt, konnten uns hier im Bereich des 10er EMAs im Monatschart bei aktuell 14.964 Punkten fangen und hier wieder eine Aufwärtsbewegung einleiten. Und es kommt nun darauf an, wie stark diese Aufwärtsbewegung im Monatschart dann ausfällt, ob wir erneut ganz hochlaufen können zum oberen Fibonacci-Faker oder ob wir noch unterhalb des Allzeithochs hier bei 16.030 Punkten wieder nach unten abdrehen und damit dann im Monatschart praktisch einen neuen Abwärtstrend bestätigen würden. In einer neuen Abwärtsbewegung wäre dann ein Durchlauf nach unten unter dem 10er EMA zu erwarten und in der Folge dürften wir dann hier den ehemaligen Widerstandsbereich, diese ehemalige Widerstandslinie, diese rote gestriegelte Linie hier anlaufen im Bereich von etwa 14.000 Punkten und möglicherweise dann auch den unteren Fibonacci-Faker ansteuern. Gut und damit wären wir dann wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Montag. Ich melde mich später noch mit dem ING Markets Chartflash und dann am morgigen Dienstag wieder mit dem ING Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg im heutigen Trading und einen schönen Wochenbeginn. Vielen Dank.